Diese Windel könnte gut für den Sommer und generell draußen geeignet sein. In der wärmeren Jahreszeit ist man ja öfter mit leichter Kleidung unterwegs. Das macht es für Windelträger schwieriger, die Windel zu verstecken, vor allem wenn sie auch noch bunt ist. Die Tigerbuss Camelots ist dafür interessant, weil sie zwar vorne auf der Klebefläche bunte Motive hat. Der Rest ist dagegen schneeweiß. Sollte sie beispielsweise beim Bücken sichtbar werden, sehen andere nur weiß und halten sie wahrscheinlich für eine medizinische Windel. Trotzdem muss nicht auf kräftige bunte Aufdrucke verzichtet werden, ein spannender Mittelweg. Ich habe die Camelots ausführlich getestet, schauen wir sie uns zusammen an. Aus der schlicht durchsichtigen Verpackung lassen sie sich gut entnehmen, man braucht aber etwas zum Aufschneiden. Im Inneren der Windel gibt es einen großen Saugkern und den aus der ABDL-Szene bekannten hohen Auslaufschutz an der Seite. Er stellt sich von selbst auf, weil die Windeln locker in der Packung liegen. Kneten oder Abziehen ist nicht nötig. Platz für zusätzliche Saug-Einlagen ist vorhanden. Weil durch Einlagen alles dicker wird, ist es auch auffälliger, das sollte man zumindest außerhalb der Wohnung beachten. Als Außenmaterial kommt die beliebte Folie zum Einsatz. Eine weiche Folie, dafür ist Tückables bekannt. Im direkten Vergleich mit etwa der Puppers ein wenig stumpfer, ich finde es dennoch angenehm. Mit einem überdurchschnittlichen Leergewicht von 233 Gramm fühlt man sich sicher eingepackt. Zumal der Hersteller seine Windeln gerne zwischen den Beinen großzügig schneidet, dort ist also meist etwas mehr Material. Der Klettverschluss ist ein Markenzeichen. Daher ist die Klebefläche etwas rauer, weil dort Klett auf die Folie geklebt wurde. Kann man etwas unangenehm finden, wirklich stören tut es meiner Meinung nach nicht. Gekauft werden kann sie in den drei Größen M, L und XL bei Diaperminister, einem der größten ABDL-Shops in Europa, der auch nach Deutschland verschickt. Dort findet ihr neben der Camelots weitere Produkte von Tückables und ein großes Sortiment aus verschiedenen Windeln. Viele davon bunt bedruckt, aber auch wer es schlichter mag, findet eine Auswahl unter den Einfarbigen oder Medizinischen. Für die Adult Babys gibt es verschiedene bunt bedruckte Kleidungsstücke wie Unterwäsche, Shirts, Pullover und mehr. Zurück zu einer Besonderheit der Taikabus Camelots. In einer Packung befinden sich mehrere Motive, insgesamt fünf Stück. Jedes zeigt einen anderen Drachen beim Spielen in seiner Umgebung mit bunten Farben. Das ist nicht komplett neu, mehrere Windeln und Marken haben das bereits gemacht. Peak Abu in der ABDL-Welt und sogar Dry Nights aus dem Bereich der Inkontinenz bieten ähnliche Abwechslung. Bei der Camelots ist einzigartig, dass es so viele unterschiedliche Aufdrucke sind. Mir ist keine bekannt, die es auf fünf bringt. Wer verschiedene Aufdrucke mag, kann sie in nur einer Packung bekommen, ohne jeweils ganze Pakete von unterschiedlichen Windeln kaufen zu müssen. Offiziell wird eine Saugleistung von sieben Litern angegeben. Allerdings in theoretischen Tests ermittelt, bei denen oft nicht mal klar ist, wie sie durchgeführt wurden. Je nach Art der Messung kommt man zu höheren oder geringeren Werten bei der gleichen Windel, die normal von der Leistung im Alltag stark abweichen. Für ein realistischeres Bild habe ich sie daher ausführlich in der Praxis getestet und gewogen. Bei Tückables sind die Windeln zunehmend dicker geworden, wie man etwa an der Puppers sehen kann. In der ersten Version wog sie 209 Gramm, in der aktuell erhältlichen zweiten sind es mit 244 Gramm schon deutlich mehr. Die Camelots liegt ein wenig darunter, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie länger auf dem Markt ist. Dünn ist sie deswegen keinesfalls, sondern ähnlich breit geschnitten, wie man es von anderen Windeln dieser Marke her kennt. Unter einer engen Hose lässt sie sich selbst leer nur unauffällig tragen, man sollte eine größere nehmen. Das würde ich sowieso empfehlen, weil spätestens gefüllt die Windel immer größer wird. Zwar passt die weiße Folie gut zu weißen Hosen, könnte man meinen. Aber man sollte nicht vergessen, wenn die Hose zu dünn ist, schimmert die Windel trotzdem etwas durch, wenn auch nicht so stark, wie bei bunten. Außerdem bleibt die Klebefläche vorne. Ich würde daher trotzdem besser dunklere Hosen empfehlen oder wenn es eine weiße sein soll, dann eine ausreichend dicke. In der alltäglichen Benutzung gibt die Windel nicht so schnell auf, mit einem Gesamtgewicht von 2 Kilogramm war sie spürbar durchnässt und fing langsam an, mit ersten Tropfen auszulaufen. Das ist eine solide Saugleistung über dem Durchschnitt, die aber hinter anderen Windeln der gleichen Marke etwas zurückliegt. Bei der Puppers V2 hatten wir beispielsweise über 2,2 Kilogramm und das zum gleichen Preis. Die Overnights habe ich ebenfalls schon ausprobiert, dort sogar 2,3 Kilogramm. Man kann hier natürlich argumentieren, dass derart geringe Unterschiede im Alltag leicht passieren und vielleicht sogar an der Körperform oder Passform liegen könnten. Schließlich sind es nur wenige 100 Milliliter. Zumindest die Puppers V2 hat durch etwas mehr Saugmaterial in der Theorie die Nase etwas vorne, was dort den Unterschied erklären könnte. Preislich finde ich die Camelot für das Gebotene noch im Rahmen, die Saugleistung ist okay, man bekommt eine bequeme Windel und auch Klettverschluss. Für Klett zahlt man grundsätzlich etwas auf Preis. Daher sind Windeln wie Little Rascals V2 beispielsweise ein gutes Stück günstiger, dort kostet eine Windel nur 2,69 Euro gegenüber den 2,89 Euro der Camelots. Und das, obwohl NRU dort mit 2,4 Litern mehr Saugleistung bieten kann. Das ist übrigens keine komplett fremde Marke, sondern NRU gehört zu Tückables. Dort bieten sie Windeln mit Kleber aus Plastik an, die ebenfalls wiederverschließbar sind. Wer noch mehr auf den Preis schauen muss, findet mit beispielsweise der Kiddo Lil Soaker eine nur minimal schwächere, die dafür mit 2,39 Euro ein gutes Stück günstiger ist. Dafür wurde sie komplett bedruckt und zum Kleben kommt Plastik statt Klett zum Einsatz. Nun bist du dran, wenn du mit mir oder anderen Windelträgern schreiben möchtest, komme gerne in die offiziellen WhatsApp- und Discord-Gruppen. Ansonsten kannst du auch gerne deine Meinung zu dieser Tückables-Windel in die Kommentare schreiben. Bleib trocken, bis zum nächsten Video.